Hallo und Willkommen zurück zu DeinCraft hier auf der Farm, weil was gibt's zu lachen? Ich bin immer noch mit meinen beiden Brüdern Johnny und Robin am Start. Ja, Deutschland ist der 2. Europameister. Noch nicht. Doch, wir spoilern schon. Wie soll das denn gehen, wenn der Part rauskommt, ist noch nicht mal das 8. Finalspiel gewesen. Natürlich geht das nicht. Es gibt bestimmt welche, die denken, Scheiß, jetzt seh ich das Video, jetzt weiß ich schon, dass Deutschland Europameister wird, worum es gar nicht geht. Das musst du mal in der Überschrift machen, dann gucken das alle direkt. Achtung, Spoiler. Wer wird Europameister? Ja, aber wie unlogisch das ist. Das geht doch gar nicht. Natürlich geht das nicht. Denken sie sich an die Zugegucken? Das ist ja auch der Treue. Ja, genau, das ist der Treue. Die Leute gucken, klicken trotzdem drauf. Der hat eine ganz lange Leitung. Nee, das ist schon klar. Der hat einfach keinen Humor, jeder Junge. Der denkt gerade nur an seine Aufnahme. Ob der Sound passt? Ja, gerade bei dir. Gerade bei mir. Kackstimme. Richtig Kackstimme, ey. Fresenius. Institut. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich teste mir immer diesen veganen Kram da, ne? Vegetarischen Kram von Rügenweiler. Bei Fresenius? Ja, das ist von Fresenius, die testen das. Die stehen dahinter. Oder was heißt testen, das ist von denen so ein Institut, also so eine Untergruppe. Das läuft irgendwie über Fresenius. Weiß Bescheid. Ich weiß noch, wo ich damals gearbeitet hab, bei der alten Messe da, ne, bei der Firma. Ja. Und da gibt's ja, äh, Fraunhofer-Institut. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ja. Ja, mit dem Arbeitskollegen, der dann dachte, dass es irgendwas mit Frauen zu tun hat. Na, das Frauen-Institut, hä? Na, das Fraunhofer-Institut, da sind nur noch Frauen drin. Hahaha. Ja, die arbeiten alle auf dem Hof da. Ja. Ja, an den Hof. Genau. Also, ich bin eigentlich jetzt auch sowieso voll, wir könnten von mir aus erstmal zurückgehen. Ja. Nein. Ich hab grad noch übelst fette Höhle. Genau. Wir haben ja alles schon abgegrazt. Ey, bei mir ist noch alles dunkel. Ja. Wir haben auch nicht immer Fackeln gesetzt. Ja. Ja, aber ich find hier noch voll viele Rohstoffe. Deswegen sag ich... Ja, aber ich bin eh voll. Also, ich geh mal zurück zum Spawn. Machst du dann einfach Spawn? Erstmal Spawn und dann geh ich hier Home-Grundstück. Was bei dir nur Home ist wahrscheinlich. Weil du kein VIP bist. Keine VIP. Und ich hab, äh, diesen Bugatto-Laden geschrieben per SMS, ne, dass seine, äh, Spitzhacken, die verzaubert, dass die alle sind. Und, was hat er geantwortet? Naja, bis jetzt noch nichts. Ja. Achso. Da ist wohl einer nicht aktiv. Ja. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der hieß. Wenis. Aber das haben wir ja gleich. Soll ich alles hier einsortieren? Ne, äh, auf jeden Fall machen wir... Oh, haben wir hier noch genug zum Verbrennen drin? Natürlich nicht. Oh, da ist noch was. Ne, du kannst Eisenerz und Gold und sowas, wenn du hast, natürlich hier... Gib. Kannst du den Ofen packen? Mein Gott, ey, wie blöd das ist. Ja, aber da ist doch gar nichts drin, dem Ofen. Doch, ähm, ein Lava-Eimer, da kannst du's auch brennen. Ja, aber der Eimer sieht leer aus. Da packt das hier oben rechts, der an ist, mit rein. Wenn du zwischen Lava-Eimer, also da wo der Eimer ist und das Eisenerz, dazwischen hast du doch ne Fackel oder ne Flamme. Ja. Wenn die noch glüht, dann ist noch genug drin. Okay, ja, dann ist... Ja, dann muss ich warten, weil ich jetzt, äh, Hähnchen hab. Hähnchen. Und den Rest kannst du eigentlich auch ein... Ja, ich verkaufe alles, warte mal, die Tintenbeute und die Wolle, die packe ich mal weg. Gieß, hab ich gieß. Wobei... Ich zeig dir erst mal das Dach. Komm mal, miet. Ich muss erst mal mich hier entmüllen. Entmüllen? Dann zeig. Dann zeig doch. Oh, ich muss gleich schon wieder meine Spitzsacke reparieren. Ach, Schulz. Da hab ich schon Durst auf ne Kohle. Nach ner Kohle. Am Sonntag hab ich mich gefreut, dass ich noch eine hatte. Du kannst ja gleich um die Ecke gehen. Hulst du dir, ne? Ja, ich weiß. Spätshop hat immer auf. Fast immer. Ich kann auch zu Tanke gehen. Also, gut Zeit hat mehr, aber wenn ich jetzt extrem Durst hätte. Aber Quatsack geht's auch. So, hier. Geht's eigentlich grad. Ich dachte, es geht um ne Spitzsacke. Die kriegst du doch nicht bei der Tanke. Hm, genau. Ich muss nur eins hören, ne? Ja, ja, ich hab grad was getrunken, Mann. Du dich gerne zurück vom Müll bin. Ha, ha, ha. 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 Ne, das glaub ich nicht. Aber Smaragde kann man auf jeden Fall verkaufen in der Shopstraße. Also müsste es die ja theoretisch auch geben. Hab ich auch schon. Theoretisch. 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 Deine Wolle kannst du zu Wolle Blöcken machen, Johnny, ne? Keine Wolle. Ähm, ich meine Kohle. Fäden. Ach so. Reicht nicht mehr. Die kannst du dann gleich verkaufen. Hier schmeißt du dann nochmal 8 hin. So, Kartoffeln. Die Erde verkaufe ich. Die braune Wolle brauche ich nicht. Aber zu Kohle Blöcke? Wie mache ich denn zu Kohle Blöcke? Na hier in der Crafting Box in alle Felder rein. Einfach den ganzen Dings anklicken und dann halt so drüber fahren. Okay. Teilt der automatisch schon auf. Okay, es waren jetzt nur drei. Mir fehlt genau eine Kohle für nur einen Block. Habe ich leider nicht. So, das da hin. So. Den packen wir weg. Knochen verkaufe ich. Pilze. Nahrung. Schwarzeichenholz. Da mit rein. Deine Ziegel, Robin. Soll ich die rein tun? Bei Steinblöcke erstmal? Hey, lass die mal bitte in der Truhe. Hä? Das habe ich aus dem Ofen. Achso. Hast du hier deine Extratruhe? Ja. Welche ist denn das? Hier ganz links neben deinem Fußballfeld. Weißt du welche ich meine? Ja, aber da ist ja gar nichts drin. Also da sind keine Blöcke drin, Stein, ähm, Ton. Ich habe die schon, glaube ich, zu Brickstones gemacht. Die sind ja auch nicht drin, aber ich packe sie erstmal da rein. Ich habe ein paar aus dem Ofen genommen. Soll ich die auch da rein tun? Das waren ja Robins. Ja, pack die auch da rein. Der will sein Haus aus diesem Material machen. Ähm, Erze. Ah, da habe ich noch 10. Redstone. Also Redstone und Lapis kannst du auch so zu Blöcken machen, Johnny. Wenn du neun Stück hast. Ja. Du hast nur deine Eisen, deine fertigen Eisen. Das ist eigentlich hier unten, aber habe ich nicht. Ich weiß nicht, du kannst jetzt... Doch, ich habe jetzt 20 Eisen für dich. Ihr könnt mit dem Eisen erstmal machen, was ihr wollt. Also Sachen basteln und so und den Rest, den verkauft er dann. Oh, wir hätten uns noch Fackeln machen können. Hast du noch Redstone, äh, Kohle? Ja, 8 Stück. Mach schon mal Fackeln. Ich habe nur noch 3. Wobei, warte mal, ich kann doch hier... Machen wir das so. So, da habe ich wieder ein paar Fackeln. Hier? Ich habe dir 16 hingelegt. Ich habe jetzt auch 16. Ah, ne, warte mal, die kannst du wieder haben. Ich habe mir... Ich habe einen Stack. Ich habe den Block wieder weiterverarbeitet. So, gehen wir mal zum... Hast du jetzt alles soweit? Warte, ich will noch ein bisschen, äh... Sacken, mal gucken, äh... Ich brauche nur einer aus Eisen. Du kannst auch deinen ganzen Mob-Loot mitnehmen. Kannst du auch noch verscheppern. Gibt es sogar relativ viel. Ich würde sagen, Kroatien hat einen Ausgleich gemacht. Ja. Gerade eben. Scheiße, ich habe es nicht gesehen. In der Nachspielzeit der Verlängerung. Gegen wen haben die gespielt? Spann, spielen die. Echt? Ja, das ist doch erst eine Halbzeit-Verlängerung. Ja, das ist Halbzeit, ja. Ja, alle EM-Fieber hier. Oh, da war sogar ein Goldbarren drin. Ja, das war von mir. Kannst du auch verkaufen. Ich pack mal das... Wo willst du deine Inks hinhaben? Inks? Der Tintenfisch. Bei Wolle. Bei Farbe... Also Farbezeug hier oben mit dreien. Drei Stück. Ja, lohnt sich jetzt nicht wegen den drei nochmal da hochzurennen. Ich muss nämlich das Dach noch fertig machen. Das ist schwarz. Ja, wegen den drei renne ich jetzt nicht hoch. Ich würde erstmal zum Shop gehen. So, warte, ich komm gleich mit. Noch ein bisschen Essen. Ich hab noch Essen, was ich braten kann. Ich habe immer noch den Gomez. Nächste Folge nehme ich jemand anderen. Der auch aus dem Spiel gegen Nordirland gut gespielt hat. Hitler. Mich nimmste. Du kannst ja auch hier die zehn Eisen, die da jetzt rauskommen, verkaufen. Hast du denn hier noch ein paar? Ja, dann lassen wir zehn hier drin. Und zehn nimmst du mit zum Verkaufen. Ja. Warte. 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 Warte mal, ich brauche eigentlich auch wieder ein bisschen mehr Nahrung. So langsam müssten wir dann schon mal wieder Schlachten gehen. Du alter Schlachtenbummler. Hä. Nimm mal Nahrung ist aber genug. Vor allem rote Beete. Ah, ist mir egal, wie das jetzt sortiert ist. Sag mal hier, ich hab noch fünf Fisch, wenn du da was haben willst. Ne, die kannst du auch verkaufen, wenn du die gebraten hast. Ja. Die geben auch relativ gut, also. Brauchst du Gold oder soll ich es verkaufen? Ich hab nur einen Barren. Verkauf ruhig. Brauch ich nicht. Kannst du auch verkaufen, ja. Es lohnt oder ob du es brauchst, das ist halt die Frage. Hey, was hab ich denn hier an Geld? An die Flick haben sie. 840. Du kannst Kohle haben. Naja, also ich denke mal so Case Openings mache ich jetzt nicht mehr. Mir fehlt nur noch der Mats Hummels und will ich das Geld jetzt nicht ausgeben, da handel ich lieber mal. Ich kann ja mal hier eine Werbung schalten. Den Ram hat Hummels fehlt dir, oder? Ne, generell den Mats Hummels. Ne, den hab ich, generell hab ich ihn schon. Ja, los, dann geh ich zum Shop, der ist am Spawn, oder? Genau, Spawn und dann gegenüber vom Portalhaus. 30 Sekunden, kaufe Mats Hummels rare. Trikot. Hier ist Mädchen los, alle wir spielen Parik. SMS at danger zockt. Ich ging immer vom Portalhaus, da muss ich immer Asyl laden und gucken was das Portal ist. Ich hab ein Home beim Shop. Weil mir das, ich war am Anfang, dann irgendwann war das nervig immer hin und her zu rennen, da hab ich mir beim Shop und Portal nochmal ein Home gesetzt. Wo das voll nah beieinander ist eigentlich. Wo ist jetzt hier hinterher? Nö, du kannst selber auch verkaufen. Also hier kannst du jetzt erstmal an Desit und so verkaufen und wenn du unten drüber fährst, dann siehst du auch was du bekommst. Zum Beispiel ein Stack Steine bekommst du ne 9 Mark 60. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber hier beim Juwelier geht das schon ab. Bei Juwel Weigel. 72. 72. Wow. Monsterhändler. So, wir müssen gucken wo ich den Fisch los herkriege. Das hier gegenüber vom Monsterhändler. Hier, da. So, einer hat geantwortet. Hummels XD. Achso, ich hab den falsch geschrieben. Ja, mit einem M. Deswegen schreibt der mir ne SMS. Der wundert, dass sich den mag. Geht er wieder kaufen hier. Ich will den Hummels. Da mach ich's eben nochmal richtig. Hummels. Aber der wird ohne E geschrieben. Das war ja das Witzige an seinem Namen, ne? Nicht Hummels, sondern Hummel. Nein, Hummels wird mit E geschrieben. Quatsch doch nicht. Na klar, Tobi. Was ist denn mit dir? Ich guck jetzt nach. Mach. Das hab ich bestimmt vergessen, weil der zu Bayern wechselt. Das muss raus aus der Ausnahme. Nö. Hab ich grad Ausnahme gesagt, ich meinte Aufnahme. Hummels muss raus. Oh, warte mal, ich verwechsel das mit nem Klassenkameraden. Der hieß Hummels mit ohne E. Ja. Oh, das hätte ich ja so. Jetzt weiß ich aber warum da so eine blöde SMS schreibt. Ich hab noch nie was zu Rare bekommen. Ist auch selten. Also einer meinte, ich hab am Anfang direkt... Du warst alles Rare, klar. Ja, nur noch Hummels fehlt. Aber am Anfang hatte ich direkt zweimal Rare, den Neuer und den Götze. Und da hat einer auch geschrieben, boah, bei mir hat das voll lang gedauert. Ja, der Hummels jetzt noch mal. Emre Can. Emre Can. Emre Can. Er will sich schon wieder... Machst du das gerade? Ja. Da hab ich nur noch einen. Gucken wir was jetzt rauskommt. Aber es gibt doch irgendwo eine Tauschbörse. Das ist ja langweilig mit tauschen. Ja komm, wenn ich jetzt das Geld ausgebe. Für den letzten Hummels, damit er fehlt. Irgendein Ziel muss ich ja haben. Ja, Geld sammeln. Dann Grundstück suchen. Wie ist das Teuerste? Ja, das können wir ja gleich mal nach der Aufnahme klären. Damit das dir keiner wegnehmt, wenn wir das jetzt angucken, ne? Wie kann man Highjumpen? Keine Ahnung. Und da würde ich sagen, ist es auch schon wieder soweit. Hallo. Und bei euch sage ich tschüss. Danke fürs Einschalten. Bewerten nicht vergessen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.